Hallöchen meine lieben Mid-Craft-Orangos, willkommen zurück zu Minecraft. So, ihr habt es gemerkt bestimmt, ich habe ganz dreist die letzte Folge einfach beendet, also beendet erklärt. Uff, so. Ich habe gerade mal gefrühstückt und, ja, das ist ja so. So, heute, heute wollen wir in den Nether. Wir wollen heute in den Nether und wollen zur Nether-Festung wieder gehen, um uns dort ein Portal aufzubauen, so. Wenn wir das Portal aufgebaut haben, werden wir gucken, wie weit das... Ist da hinten jemand drin im Turm? Sah so aus, ne? Werden wir vom Turm... Oh, komm, wir sind alle raus. Wir sind tatsächlich alle raus. So, also nochmal. Werden wir von der Nether-Festung ein Portal bauen, so. Dann hier wird das Portal schauen, wie weit das entfernt ist. Dann werde ich nämlich eine Zugstrecke da hinbauen. Jaha, ich werde dann die erste Zugstrecke bauen überhaupt hier in unserem neuen Dörfchen. Aber gleich wollen wir erstmal nochmal links gucken, ne? Wegen Bogen und Pfeilen. Ne, also wir werden dann... Ich werde dann eine Zugstrecke bauen, sodass wir relativ schnell von zu Hause zur Nether-Festung wieder zurückkommen. So. Ähm. Moin. 20 Pfeile haben wir hier. Die sind fast kaputt. Strings müssten wir noch eigentlich haben, oder? Oder habe ich die alle verwendet? Die haben wir noch. Äh, ne, zwei bräuchte ich. Drei oder zwei? Ach, keine Ahnung. So. Wie war das denn noch? So, so, so. Na, und dann... So, so, so. Ja, perfekt. Sehr gut. Und... Kies. Drei Feuersteine. Na, wunderbar. Und viel Federn, ne? Siehst du mal kurz. Müssen wir so ein paar Pfeile machen, ne? So. Immerhin ein bisschen. Immerhin ein bisschen. So, den verzauber ich jetzt auch nochmal. Das kann ich mal mitnehmen. Schutz 2 geht ja auch. So, Moment. So. Er ist so freundlich, mich nicht die ganze Zeit zu schubsen. Dann werde ich mal ganz kurz unsere Schuhe hier. So. Und jetzt, meine lieben Freunde, gehen wir zurück in den Nether. Nether. Fahrzeugen haben wir auch dabei. So. Ziehen wir mal unsere Schülchen an. Dann machen wir mal. Ah, wir haben so viele Pfeile im Ergab. Die sind alle weg durch die Finklenfestung. So, zuerst haben wir dabei. Wir haben im Grunde alles dabei. Tschüss, Leute. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Dann wollen wir wie immer die Musik ändern, ne? Wir gucken mal ganz kurz. Oh, ich glaube, dieses Lied ist ein bisschen zu laut. Ne, ich glaube, bin ich hier falsch? Moment. Ebene. Ja, hier bin ich so tief. Also, ich habe extra Fackeln da ran gemacht, um zu sehen, wo lang ich muss. Ich bin auch so schlau, ey. Ähm. Ach, da. Ich muss nach oben, nicht nach unten. Top, 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 top. Äh, ich muss... Ich muss mal ein paar Dings abbauen. Äh, ich muss mal ein paar Dings spitzhacke mitbringen. Äh. Gold, Diamanten. Das Problem ist nur, wenn ich mich verbaue oder so. Wegen dem netter Portal. Ich sollte vielleicht hier mal was ein bisschen zukünftiger bauen. Ich glaube, ich mache das andere wieder an. Ich mache das andere wieder an. Hier fällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Ich weiß, was leckt mich. Ich nehme einfach demnächst eine Leiter mit. Leiterstücke. Dann können wir hier eine Leiter hochbauen. Okay. Bock. So. Außerdem, sobald wir die Dings so haben, unsere, 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 unsere Bahnstrecke, hatte ich das auch so erledigt. Dann müssen wir nicht mehr lang laufen. Heps. Ah, toll. Ich nehme mal, wir sind da was von mit, damit wir da auch bauen können. Ich wollte so mal ein bisschen von dem Holz auch mitnehmen, ne? Ah, siehst du mal da. Dann brauchen wir doch nochmal da hin. Brauchen wir einfach nur noch einen unten bauen. Weiter unten. Oh, fuck. Du fällst runter. Holy shit. Ich baue mir hier eine Wand auf. Mist. Keine Steine mehr. Hä? 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 Ich haße diese Viecher. Seitdem ich damals mit der Blutkatze im Nether war und, äh, dieses dreckige Kackvieh mich da runtergeboxt hat. In die Lava. Alter, das ist so. So. Schnauze. mann leute so ich behaupte ich baue das mal hier unten noch ein irgendwie hier wäre das ganze in ordnung wollen wir hier ein tiefer weg nach unten so okay dann so so 2 1 2 3 shit ist das richtig so? ne das ist ein bisschen klein dann ne warte mal so dann brauche ich die diamants spitzacke obwohl das jetzt mal anzünden so ja aber es ist zu wenig wie es mir schon dachte also für ein zweites tor brauchten wir wollen wir viel mehr absied ja noch so leute ciao okay was sagt denn der ich glaube ich werde aber auch noch ein haus bauen und irgendwie drumherum eben damit sowas vermeiden kann guck mal da ist ein delphin ja yo Das war nicht ich! Guck mir nicht so an. Du kannst mir deine Spinnseite mal geben. Also könnte man ein paar Level geben, das ist auch eine gute Sache. So, ich kann ja die Musik mal kurz umändern wieder. Aber es ist gut, jetzt haben wir tatsächlich endlich... Ich muss jetzt nur gucken, wie weit wir noch entfernt sind von zu Hause. Dafür wollte ich mir die Dingsmann holen. Okay, da geht's lang. Das Schlaue ist, ich hätte mir mal irgendwas mitnehmen sollen, womit ich markieren kann. Ach komm, das können wir mal hier mitmachen. Machen wir was mit den Steinen. Wenn wir oben auf dem Berg sind, sehen wir die... Sehen wir das Portal, ja. So. Und dann schauen wir gleich mal, wie viel Schienen wir haben. Dann gucken wir, wie viel Schienen wir haben, um die Strecke dahin zu bauen. So. Ist das doch so weit entfernt? Also ich hätte gedacht, dass das nicht so weit entfernt ist. So. So. Jetzt baue ich hier am besten noch einen hin. Aua. So. Ist das echt so weit entfernt? Also... Ich bin da echt gerade überrascht. Ich ging davon aus, dass das nicht so mega weit entfernt ist. Aber wenn wir es mal genau sehen, so weit entfernt ist es ja auch zu Fuß nicht gewesen im Level. Ja, das sieht aus. Dann können wir mich da zeigen. Da, der jetzt lange... Also, das wird dann natürlich schon eine ziemlich lange... ... Zugstrecke, wenn ich mir das hier so gerade angucke. Ich sehe von hier oben auch nicht mal unser Zuhause, das ist das Problem. Aua. So. Das müssen wir gleich mit dem Holz aufbauen. Ich glaube aber, ich habe schon unser Dings gesehen. Nein, ich habe ihn eingebildet. Later. So, jetzt muss ich mit Holz bauen. Jo, jo, alles gut unten. Ich bewege mich mal hier auf den Bergen entlang. Aua. So. Das ist echt massiv weit. Alter. Wie weit sind wir denn entfernt? Ich habe das Gefühl, es wird einfacher sein, eine Bahn durch den Nether zur Netherfestung zu bauen, als von uns zu Hause. Ich glaube, das werde ich wohl machen müssen. Ich glaube, ich werde wirklich aus dem Nether eine Bahn bauen. Weil das ist zu weit. Ich habe nicht gedacht, dass das so mega entfernt ist. Ich habe echt gedacht, dass es wesentlich näher dran ist. Holy shit, ey. Gut, dann nehme ich die Zugteile gleich mal und werde im Nether mal gucken, dass ich da die Bahn baue. Das könnte auch sein, dass ich das vielleicht offscreen mache oder so. Ich muss mal schauen. Obwohl, ne. Könnt ihr mal was mitbauen, ne? Oh. Ja, entschuldige. Da kratzt man sich einmal die Bart. Fällt in so ein kack Loch rein. Dann wird hier sofort an so ein kackes Skelett genervt. Ist natürlich schön schade. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre wesentlich näher dran, dass wir echt die Bahn dann hier so über Land bauen können, bis hinten hin dahin. Ich meine, ja, ich habe schon mal lange Zugstrecken gebaut. Wenn wir jetzt mal unser erstes Haus denken. Aber das ist, ne. Ne. Damit nehme ich dann doch eher, dass ich die Bahnstrecke durch den Nether baue. Das Portal kommen wir als eine Form, weiß nicht. Punkt nehmen zur weitere Erkundung oder so. Da ist unser Zuhause. Mann, 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 Mann. Jetzt mal schauen wir, was wir so an Zugdateilen haben, ne. Vor allem werden wir Gold benötigen für die Antriebsschienen alles. Moin, Leute. Was machst du hier eigentlich? Kannst du mir das mal sagen? Wo steht der hier rum? Dann werde ich aber auch den Kompass gleich mal wieder zu Hause lassen. Der bringt uns ja nicht so viel. Gehen wir zu Hause. So. Ja. Gut. Ähm. Ich glaube, ich muss bei Eisentech mal gucken. Genau. Eisentech. Ja. Ja. Gut. Es könnten mehr sein. so. Ich nehme mal ein bisschen was damit. Redstone mit. Wo wir auch Redstone Fackeln brauchen. So. Hier Monster Loot reinpacken. Ich brauche Gold. Volt, da. Stimmt, ich bräuchte vielleicht auch mal mehr Stickies. Ich könnte auch mal ein bisschen Kies sammeln gehen, ehrlich gesagt, für Feuerstein und Pfeile. Das ist im Grunde auch nochmal was, was wir machen könnten. Ach, mir fehlt das Gold dafür, weiterhin, okay. Ich nimm mal das Eisen. Dann müssen wir mal wieder irgendwann mal in die Mine, das ist ja ganz gut. Dann können wir das nämlich vor einer Netherfestung, können wir da irgendwo eine Mine suchen, eine neue Mine. Wollen wir uns mal ein bisschen, äh. Oh. Ja, der Zombies hat einen Dorfbewohner erwischt. Das bereut er natürlich sofort. Zack. Sehr schön. Äh, nee, Gold wollte ich. Gold. Antriebschen werden wir natürlich einige brauchen, deswegen... Da, am Skelett gehört das Pup. Bauen wir das da hin, dann bauen wir das da hin, zack. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt schlummern. Ein großer. Obwohl, Leute, ich würde mal sagen, wir fangen die Zugstreckenbauerei erst beim nächsten Mal an. Alles klar. Zwei Wächter, die sich da wirklich vorgehen. Ich würde sagen, ihr schmeißt den Daumen hoch, das Video. Denkt daran zu abonnieren. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wirklich anfangen, diese Zugstrecke dann auch zu bauen. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.